Wir wollen bis 20, 26, 30 Prozent Frauen in Vorungspositionen haben. Wir fangen bei 15 Prozent an, also haben wir doch viel zu tun. Mit unseren Unconscious Bias Trainings verfolgen wir das Ziel, unsere Kolleginnen und Kollegen, uns selber in eine Reise der Selbstreflexion zu geben. Weil wir meinen bewusst generell, alles ist richtig und wir meinen, wir denken chancengerecht. Aber manchmal in unserem Unbewusstsein gibt es Vorurteile, die wir über die Zeit gelernt haben und wir wollen über diese Reise uns alle behelfen, diese ungerechten Vorurteile aus Delbeck zu schaffen. Persönlich habe ich aus dieser Reise mitgenommen, dass auch wenn man sich sein ganzes Leben lang mit dem Thema beschäftigt und denkt, man beißt schon alles und man paßt schon alles auf, ist es wirklich nicht so. Wir tragen alle viele Vorurteile und wir müssen uns immer wieder infrage stellen und denken, mache ich das wirklich richtig und bin ich selber chancengerecht. Musik Musik Musik